Hallo, ich bin Hanna. Ich arbeite als freie Journalistin und Reporterin für große Medienhäuser. Oft auch von unterwegs. Früher waren Reporter und Reporterinnen bei Reisen oder wichtigen Terminen mit einem Filmteam unterwegs. Das gibt es zwar auch heute noch, ich habe bei Terminen mittlerweile aber fast nur noch mein Smartphone dabei. Damit kann ich Interviews fürs Radio machen, Fotos aufnehmen oder auch kurze Beiträge filmen. Die kann ich auf dem Smartphone schneiden und direkt veröffentlichen. Das nennt man dann Mobile Reporting. Im journalistischen Kontext spricht man auch von Mobile Journalism. In dieser Fortbildung zeige ich dir, wie auch deine Schülerinnen und Schüler mit dem Smartphone ganz einfach spannende Reportagen, Interviews, Erklärfilme oder Berichte drehen und schneiden können. Durch die kreative Arbeit lernen sie spielerisch den Beruf von Journalistinnen und Journalisten kennen und bereiten Unterrichtsthemen multimedial auf. Mobile Reporting kann man eigentlich in jedem Schulfach methodisch einsetzen. Als Reporter oder Reporterin vor der Kamera können deine Schülerinnen und Schüler über politische Ereignisse berichten oder im Interview mit einem Experten über ein naturwissenschaftliches Thema diskutieren, Gedichte kreativ vortragen und visualisieren oder ein eigenes Musikvideo drehen. Film ist ein super kreatives Medium und du kannst es durch Mobile Reporting in deinen Unterricht integrieren. Viel Spaß dabei!